Neues Jahr für den FC Bayern München 2 und ihrem Trainer Erich Ten Hag. Und auch gleich mal die erste fausthüge Überraschung. Der Kapitän Stefan Buck musste zunächst auf der Bank Platz nehmen für ihn in der Startelf, Daniel Verzogetsch. Auch von Anfang an mit dabei, der neue Nationalspieler der USA, Julian Green. Sein Co-Trainer und Ex-Bundesliga-Star Andy Herzog war ebenfalls im Stadion. Rein in die Partie Bayern, ganz klassisch in Rot von rechts nach links, von Anfang an Spielbestimmend Fischer. Mit der ersten Chance nach knapp einer Viertelstunde. Aber im weiteren Verlauf taten sich die Bayern immer schwerer. Schallding stand defensiv kompakt und setzte immer wieder mal kleine Nadelstiche. Bröckel verzieht nur knapp, das hätte auch die Führung sein können. Die kleinen Bayern aber wie gewohnt mit viel Ballbesitz und gutem Kombinationsspiel, aber richtig für Torgefahr sorgten sie auch nicht. Wieder ist es Fischer von der Strafraumgrenze kein Problem für Resch. Der Auftakt der Bayern zog auch die Münchner Fußballprominenz ins Stadion. Ex-Löwe Michi Hoffmann mit Buchbach seiner Toni Bobenstetter, genauso wie Ex-Bayern-Sportdirektor Christian Nährlinger und eben auch Andy Herzog. Bayern tut sich schwer, dass sich die massive Abwehr knacken kann. Juli ist auch noch nicht so ins Spiel gekommen, wie ich von ihm gewohnt bin, aber ich denke, dass sich das jetzt zwei Dörpze dann auch erinnern wird. Und der sollte mit seiner Meinung recht behalten. Keine drei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt und schon stand es 1 zu 0 für die Bayern. Wieder ein Fernschuss. Salahi zieht da einfach mal ab. Der Landsmann von Herzog mit seinem zweiten Saisontreffer. Salahi, der auch schon im Trainingslager der Profis in Doha mit dabei war, gilt ja als hoffnungsvolles Talent für die linke Abwehrseite, für die Bayern-Zukunft. Und was war eigentlich mit Julian Green? Der US-Amerikaner tat sich schwer gegen das niederbayerische Abwehrbollwerk aus Schalding. Ein Tor blieb ihm in diesem Spiel verwehrt. Die Führung der Bayern brachte aber nicht die gewünschte Sicherheit ins Spiel. Schalding mit schnellem Umschaltspiel nach dem Fehler von Salahi. Markus Gallmeier allein Richtung Lukas Reda. Der bleibt aber lange stehen und verhindert den Ausgleich. Klasse Tat des Bayern-Schlussmanns. Schalding wurde nun frecher, Bayern in dieser Phase des Spiels zu unkonzentriert. Wirt hat den Ausgleich auf dem Schlappen, aber wieder ist es Reda, der die Bayern im Spiel hält. Das hätte der Ausgleich eigentlich sein müssen. Wir springen in die Nachspielzeit. Schalding mit dem letzten Versuch, doch noch für den Paukenschlag zu sorgen. Aber die Bayern lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und machen den Sack endgültig zu. Perfekter Konter über Fischer. Auf Julian Green, der auf Alessandro Schöpf 2-0 Bayern. Zeitgleich auch der Endstand. Ein hartes Stück Arbeit für den FCB zum Auftakt ins Jahr 2014, wo es mit dem Aufstieg in Liga 3 endlich klappen sollte. Christian Ortlepp im Gespräch mit Julian Green. Wie gesagt, bis zum 1-0, was ist natürlich immer schwer gegen tiefstehende Gegner, aber dann nach dem 1-0 haben wir uns leichter getan und haben dann verdient gewonnen. Andi Herzog war auf der Tribüne, du hast es mitbekommen, für dich doppelte Motivation gewesen? Ja klar, wenn Andi Herzog zuschaut, freue ich mich und gebe natürlich Gas.